So let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sniper Ghost Warrior 2! Halleluja! Wow! Ein A-10 und ein Panzer. Oh, und da hast du keinen Flaggen! Ja, ich hab sie! Ja, ich hab sie! Lass uns hoffen, dass die Krieger Jungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben! Gib mir Deckung, ich geh rein! Äh... Also ich soll jetzt alle töten, oder was? Oh mein Gott, das ist ja episch! Ein episches Szenario, auch wenn so irgendwie ziemlich gebilligt ist, aber okay. Ooooookay! Boom, boom, boom! Fett Hollywood hier! Ah, ah, ah! Leck mich so viel! Ich steh nicht drauf, wenn's leckt! Oh, oh! 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 Mach das jetzt töten, oder was mach ich jetzt machen? Bringe das Ziviyer und zerstöre es. Also soll ich die wahrscheinlich schon alle töten? Oh, das ist meine Freunde. Das sind meine Freunde? Ich geh mal... Vereilung! Okay! No! So. Der stirbt jetzt sowieso erstmal... Oh, nein, 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 nein. Oh, hui. Nicht gut. What? Wie? Alter, sag mal. Was geht ab? Was geht ab? Okay. Ich würde ja fast sagen... Man nervt mich nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Oh, Mann. Also, ganz ehrlich. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, da vor der Barriere. Die kuscheln da, die kuscheln. Okay, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, ich würde ja jetzt sagen, ich bin jetzt so schnell gestorben. Ich, äh... Oh, komm, nee, oder? Ich hätte jetzt gesagt, weil ich so schnell gestorben bin, hätte ich jetzt gesagt... Äh... Wie unlogisch ist das denn? Aber das ist leider Realismus, ne? Weil wenn... Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Kopfschuss gekriegt. Ach, keine Ahnung. Mann. Ich bin gestorben, auf jeden Fall mit einem Schuss. Oder zwei. Oder eineinhalb. Mach ich. Und adios. Ganz schön coole Reaktion. Okay. Mach ein Bier. Okay, 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 okay. Ping, 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 ping. Jetzt, war's ein Pfeffer. Oh, mein Gott. Oh, okay Okay, rüber zum Letzten Komm, also jetzt reicht's mir Oh oh, nicht gut Nein, 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 gehst du, hörst du auf Hörst du auf Ey, wenn ich jetzt sterbe Ey, dann ist aber echt Dann ist aber zappenduster, ey Das gibt's ja nicht Das gibt's ja nicht Nein Okay Okay, die Mission geht mir jetzt tierisch auf den Sack Ganz ehrlich Vor allem, wenn dieser Katzi nicht immer wieder anschauen muss Oh mein Gott Ah, geil Ja Das geht mir jetzt auch langsam am Arsch vorbei Oh Gott Ja, ja, die Klappe Ja genau, gib mir mal Deckung und schieß mal gefälligst Idiot Aber ja, da willst du So Sack, ey Wenn sie ehrlich Man fahrt schon anders Kann man hier reingehen? Uh, hier kann man sogar reingehen Kann man damit auch fahren? Ja, ich glaub in dem Zustand nicht mehr So Ähm Okay Also Ihr kleine Mistkröten Ihr kleine Mistkröten Äh Das ist jetzt nicht das nach, was es aussieht Also Ich hab mich dem, seinem Unterkörper jetzt nicht allzu krass genäht Mache ich So Adiosse Achso, jetzt muss ich Okay Wie wär's Wenn wir hier einen Doppelkill machen Wenn das überhaupt geht Ich glaub das geht gar nicht, oder? Geht das? Hey, das Könnt's Oh mein Gott Nee Ha, ha, ha Hey, hey, hey Oh, er ist gestorben Gut Ja Mach ich, mach ich, mach ich Und So Ey, wirklich So Das war das Und Wenn ich jetzt sterbe Wenn ich dieses Spiel nicht mehr spiele Tut mir leid Also dann kann ich echt nicht mehr spielen Ah ja Jojojojojo Oh Oh Gott So Jetzt liebe ich das Spiel wieder Alles klar Los, los Ja, ja Komm hier auf nachzuladen Das ist jetzt Wuscht Hier sind mir jetzt Wurste Okay Leute Ähm Ihr werdet ein bisschen Feuer um den Arscher Achso Ach Guck dir mal an Da hinten steht der Und der hat nicht einmal geschossen Diese Okay So Spiel gespeichert Ach, wunderbar Gut Okay Wie Halleluja Okay Sanitätskasten voll Oh Ich hätte nur mal Q drücken müssen Oh Gott Ich liebe es Ich liebe es Wenn ich doof bin Ich Wieso Da kommt jemand Oh, oh, oh 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 Uh, Physik Uh Oh, oh Oh, da kommen viele Oh, oh Ich leg mich hin Okay Was tun Oh, oh Ganz ruhig Wir wissen, wenn wir sie alle töten Was ist los, Junge Oh Wie Nicht dein Herz Nicht dein Herz Hörst du Hörst du Hörst du Hörst du Hörst du Okay Nein, nein, nein Okay Gib Maddox Deckung Du zu Mich verarsch Nüff Beeil dich Die Scheiße wird ungemütlich Lass dich Hier Ja, dann lass Du mich arbeiten Okay, 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 okay Wie So So Los, wo ist denn noch wer So, und Huh, alle tot Ja, ich weiß nicht Was soll ich denn jetzt machen Soll ich mitkommen Ich komme auch schon mit Achso Ja, wie jetzt Was denn los Oh Äh Ja, Dollar Style Zwei Stunden Ich hab schon die Schnauze voll Von Sarajevo Oh Oh, ist das mein Kontakt, Mann Du bist Anderson, oder? Oh, ja Very enough Very enough Haha, der einzig wahre Du hast von mir gehört, hä? Ja Schickt mir deinen Lebenslauf später Wir haben's eilig Ach Wir Amerikaner sind immer so beschäftigt Busy, busy Ihr müsst euch mal entspannen Eine Flasche russischer Wodka Nein Alle schöne Frau im Arm Nein Damit würde ich gerne behilflich sein, hä? Vielleicht später Du kennst also den Weg zu Gladitschlager Oh, yeah Ja, ich befürchte schon Ich wollte Warum ist das so leise? Du hast nie wiedersehen Doch die Geister von Gladitsch Auffall wollen Gerechtigkeit Deshalb sind wir doch hier, oder? Aha Genau deswegen Und wegen des Koffers voller 100 Dollar Scheine Ich mag dich auch nicht Aber dazu sind wir nicht hier Je schneller du uns zu Gladitschlager bringst Desto schneller kommst du zurück zu Raun und Wodka Oh Sehr gut Folg mir Auf geht's Jawohl Uh, wir haben die Mission geschafft Ein Wahnsinn Operation Erzengel Akt 2 Getötete Feinde 31 Kopfschlüsse Gesamt 4 Doppelte Kopfschlüsse 0 Ich hab noch nie einen doppelten Kopfschluss gemacht, oder? Hab ich? Ne Stealth Kills 0 Stimmt Ich hab sechsmal Alarm ausgelöst Natürlich Sechsmal Sechsmal Getötet Zweimal Gesamtspielzeit 17 Minuten und 7 Sekunden Weitest Treff 150 Weitest der Kopfschluss 147 Verdammt 80% Genauigkeit Ja, das geht noch Ja, das geht noch Naja Dann machen wir mal kurz Pause Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hab euch gefallen und Wird mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Snipergust oder 2 dabei seid Mein Name ist Ben Und ich sage für heute Für Snipergust oder 2 Auf Wiedersehen Tschüssi